Markus Schoni, hier sehen wir ihn rechts im Bild. Selbst war er Formationsweltmeister im Jahr 1986, damals mit Felbert. Und lange Zeit auch beim ZDF-Tanzfachkommentator. Aber jetzt hat er keine Zeit mehr, denn er muss sich konzentrieren auf das, was dort auf dem Parkett geschieht. Pendelt ständig zwischen Felbert und Ungarn. Er hat für eine klare Linie gesorgt. Und keine zu anspruchsvolle Choreografie mit hintergründigen Geschichten, die am Ende dann kein Mensch mehr richtig nachvollziehen kann. Also auch hier ein Trend ähnlich wie im Eiskunstlaufen zurück zu den Ursprüngen des Tanzens, des Bewegens, zu Musik. Und das Vermitteln von Lebensweisheiten will er anderen überlassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hier das Roundabout, Erkennungsmerkmal, dieses also stationär, im Vergleich damit nicht so schwierig wie das der TSG Bremerhaven. Im nächsten Jahr wollen Sie es dann mit dem Wandern probieren.